Der betriebliche Augenschutz ist eine wesentliche Maßnahme, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter in verschiedenen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten, in denen Augenverletzungen oder Augenschäden auftreten könnten. Grundlagen für den betrieblichen Augenschutz sind Der Schutz vor Verletzungen. Der Augenschutz dient dazu, Verletzungen durch herumfliegende Kleinteile, Flüssigkeiten und Partikel zu verhindern. Einschränkung deiner Arbeitsfähigkeit. Wenn mit deinen Augen etwas passiert, hast nicht nur du Ärger. Deine Kollegen müssen in der Zeit der Krankschreibung deine Aufgaben mit übernehmen und dein Betrieb muss den Verdienstausfall hinnehmen. Die gesetzlichen Anforderungen In der EU und in der Schweiz gibt es Vorschriften und Gesetze, die Arbeitgeber dazu verpflichten, angemessenen Augenschutz bereitzustellen und zu gewährleisten, dass Mitarbeiter in gefährlichen Umgebungen diesen auch tragen. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Interesse an diesem E-Learning haben.